Schätze im Himmel Ein Teil der Bergpredigt Jesu Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Sammle dir keinen Reichtum auf der Erde an. Er kann schon hier gestohlen werden und wenn du stirbst, kannst du sowieso nichts mitnehmen. Sammle dir lieber Schätze im Himmel, die dir keiner nehmen kann. Wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Du kannst nicht für zwei Chefs gleichzeitig arbeiten. Entweder lebst du für Geld und Reichtum oder du lebst für Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017